Auch das, ein Platz, ein Platz, ein Platz, ein Platz, ein Platz. Und einer ist im Kurve 3 gestürzt, das Bike brennt, und damit nehme ich an, haben wir die Frasch, ja, rote Flagge ist draußen, ab und rote Flagge, welches Bike da auch immer brennt, wer da zu Boden gegangen ist, es könnte Percholo sein, aber ich will das nicht verschreien, denn der hat jetzt, der Fertig, nein, Salvadori, war das, die zweite Aprilia, mit Salvadori, der Italiener, Lorenzo Salvadori, und andere.